Ja, hier, hier, Samson Tyler, live on stage, Digga, und dafür ist DJ Tyler. Ich kenne mal das Handy, dann kannst du ein bisschen hören. Ey, Junge, wir sind wieder dabei, die Straße von Weststadt. Westside Production. Na ja, das Handy ist ein bisschen scheiße, sorry Leute. Normalerweise sollte sowas nicht passieren, aber wir, entschuldigen, das war euch. Das Handy ist Bombay. Bombay, Jungs, du musst mich in ganz hören, man. Ja, okay, wir machen jetzt einen kleinen Track für euch, nur für euch da draußen. Das ist ein bisschen scheiße. Hier, das ist MC Talent, DJ Talent, Future Baby. Hier, los geht's, die ganze. Doma, Doma, ich sehe dir, ich hab mich. Doma, 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 Doma. Doma, Doma, Doma. Was ist das? Ich bin ein Stad, aber ich bin ein Stad. Okay, ich bin ein Star, holt mich ein Roller. Ich bin ein Star, holt mich ein Roller. Okay, du bist fine, los. Die ganze Aufmerksamkeit auf dir. Doma, Doma nicht sie dir eine. Ja, ich versuch' dich, ich versuch' dich, ich versuch' dich, ich versuch' dich, wenn wir jetzt hier gehen. Jetzt? Jetzt, Baby! Das ist nicht der erste Mal. Ich schau's dir in dir in die Augen. Du, bitte gehst du hier. Ich liebe dich aus Herz. Der letzte Mal. Ja, sieh' ist geil, Mann! Okay, Diga! Das ist der Flos, das ist der Pro! Nehm' mal los. Oh, die Straßenbahn fährt hier live und steht an uns vorbei. Yeah, fucking damn, Digga. Ich hab's die Vita-Wena-Haus. Die alle in der Bahn wissen Bescheid. Ey, das ist doch ein CV-Tah-Line, DJ-Tah-Line. Ich geh hier einfach so chillig, willig und willig spazieren in unsere Westside. Die Mänderhose. Keine will die Bluse. Und hier macht's eine auf Schorse. Yeah, Schorse, Morse, das ist hier alles Ghetto-Viertel. Wie die Ackerbring, Ackerbring sagen würden. Hier werden die Leute... Aber bei uns wird nicht nur gelabert. Bei uns wird auch gehandelt. Yeah, und die ganzen Kto-Sexy-User, das ist jetzt für die Kto-Sexy-User, wenn sie so Filme schieben. Nein, nicht für alle, für mich. Ja, nicht für alle, nicht für mich. Für diese Fischkarte. Für diese deine Dicke da, diese MSN-Endings gehört. Die Fette, die 150 Kilo abgenommen hat. Das stelle ich schon mal nicht rein. Hey, beleidigte mal hier alle. Sie hat 114 Kilo abgenommen, jetzt wiegt sie noch mal 96. Ungefähr, ja, 97, 96. Das Ding ist so, er macht eine klar und sagt, er pickt sie. Also, das hört sich echt scheiße an für euch Mädels. Aber, ja, er macht es halt und ich weiß auch nicht wieso. Warte, ich geh mal ein bisschen weg. Ja, und die sagt ihm halt, ja, doch, weißt du, die sagt, das ist scheiße, Mann. Ja, das sind die Sachen, die er macht, tut mir leid, aber... Weil ich bin so einer, ich bin spontan, also was heißt spontan, ich bin... Ich, ich hör den Mieter zu, ich koche gerne. Ja, 6 Wochen Wasser, er kocht gerne Wasser. Ja, Wasser. Alles kann ich kochen. Okay, das war ein kleiner Bein. Okay, Jungs, steht alle, genau. Okay. Lass uns jetzt mal für ein Feierabend machen, weil wir müssen jetzt gleich drinnen und essen. Wiel, spann uns jetzt so viel und lass uns in Ruhe. Guten Hunger, sagt man auch. Guten Hunger und... Jetzt bin ich aufgestattet. Okay, okay. Tschüss. Tschüss.